REMAX Immobilie, Rolf Ernstberger, hallo und guten Tag miteinander. Heute aus einer top-modernen Viererhaltszimmer-Wohnung. Die Oberst-Oberlin-Gebäude, ich stehe im Zentrum dieser Wohnung, nämlich in der Küche. Hinter mir sehen Sie eine von zwei Terrassen und von dieser Terrassen haben Sie eine traumhafte Aussicht auf den Zürichsee. Wollen Sie mehr wissen über das Bischof, dann rufen Sie mir an oder schreiben mir ein E-Mail. Ich freue mich auf Sie. Rolf Ernstberger, REMAX Immobilie, wenn es Ihnen geht, Liegenschaften erfolgreich zu verkaufen. Dankeschön.